Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play Let Wirtschafts-Umalader 15 mit mir, dem Agrafen-LP. Und hier geht's gleich weiter mit... Ja... Wasser abholen, aber vorher... Schalten wir mal Herrn Häcksler wieder ein. Das hab ich noch vergessen. So. Perfekt. Okay. Der macht das jetzt wahrscheinlich, oder auch nicht? Ist mir aber wurscht. Bleib da stehen. Ja. Ich guck mal was er hat. Was nicht passt. Muss man ja mal anhäckseln oder was. Halt. Ach ja. Genau. Sicherlich... War ja im letzten Part noch der Bunker voll. Ha. Spiel schon, wo man nicht angefangen hat. So. Hier, den brauchen wir. So. Das hat ihm nicht gepasst. Dann sprinten wir mal hin. So. Genau. Und den holen wir ab. So. Einmal gucken. Ja. Am letzten Part haben wir ja den wunderhübschen Tank hier gekauft. Den Wasseranhänger. Ziemlich geil. Hat der uns nicht allzu viel gekostet. Das gute Stück. Genau. Und jetzt tanken wir hier mal Fex. Etwas ab von dem Wasser, was wir hier drin haben. Und zwar einmal zu den Schweinen und einmal zu den Kühen. So. Da steigt der Wasserpegel. Das reicht schon. Jetzt können die Schweine auch wieder 100% produzieren. Ich will mir einmal fix die Zeit vor. Dann gucken wir mal. Die Kühe produzieren schon. Aber die Schweine auch. Gut. Ähm. Jetzt fahren wir noch fix zu den Kühen. Ich weiß nicht mit dir einen Wasserbehälter haben. Aber ich kann es mir auch schon denken. Hier. Ja. Okay. Da füllt sich der Wasserbehälter. Gut. Ähm. Genau. Dann würde ich den direkt hier stehen lassen. Nicht. Nein. Nicht genau da. Da war ich mit drücken zu voreilig. Da war ich mit drücken zu voreilig. Da war ich mit drücken zu voreilig. So. Ähm. Stellen wir den hin. Dort hin. Ne den stellen wir hier rein. So. Dort bleibt er stehen. Na gucken wir gleich mal zum Hexler was da so macht. Kannst wahrscheinlich nichts außer abladen. So. 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 Genau. Da ist voll. Und. Da ist fast leer. Sehr schön. Okay. So spackt jetzt hier meine Kamera rum. Egal. So. So. Das machen wir. Und das fahren wir ins. Fomenting silo rein. Also ins. Silo. Silage silo. Also nicht ins Fahrsilo. Sondern in das andere. So. 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 Das große kleine silo dort. so. 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 das silo rein werfen. So. 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 sehr schön gut weiter zum häxler genau ok das packt immer noch rum hier mit dem da ist die steuerung probieren wir ob das am helfer liegt es lag am helfer es lag am helfer der mod ist doch lag fehlerfrei aber dass sie loschmeißt fehler müsste ich mal nicht für gute preisen aber ich würde mal gucken ob da schon angefangen hat überhaupt zu verlieren so deswegen diesmal war wir können ja schon mal ein bisschen was rausnehmen ich kann mit meinem joystick funktioniert alles einmal frei ja das funktioniert wunderbergen sehr schön sehr schön das könnte man theoretisch eigentlich schlechte die schweine reinfahren insofern die das wollen nicht nochmal was zu dem joystick ich versuche ein video für euch zu machen wo ich das nochmal beschreibe wie das hier funktioniert dann muss ich dann nochmal dann muss ich dann nochmal gucken vielleicht zeige ich euch das nochmal und wenn dann erst mal ohne video sequenz ich weiß es noch nicht ich weiß auch noch nicht ob überhaupt eins kommt aber eigentlich wollte ich euch das zeigen aber so irgendwie halt das ja nicht funktioniert so richtig so wie ich das gerne hätte 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 vorhat keine geschwischen genau so perfekt ähm häxler arbeitet perfekt traktor tut nix kostet trotzdem geld was soll ich jetzt eigentlich machen ach genau wir holen uns mal noch ein paar tierchen und zwar Schweine ordentlich viele Schweine so mal sehen wie viel wir haben 50 ich würde mal so auf 100 gehen ich sehe das einfach nur gerade sehr sehr schnell alles ich auch so dürfte aber ausreichen 85 reicht gut 85 Schweinchen haben wir jetzt oder jetzt kommt noch mehr 85 genau 85 Stück davon keine Schlachtreif da könnte man eigentlich theoretisch noch ein bisschen auffüllen so 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 wir schlagen wir mal hervor ein bisschen genau so 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 Oh, das hat so gar nicht mehr ausgereicht. Okay, da muss man noch mehr holen. Das könnten wir beim nächsten Part weiter machen. Mit dem Fördern hier. Jetzt habe ich schon gerade mein Joystick gesucht. Das hat nicht mehr ausgereicht. Da holen wir mal noch so... 3.000 Liter genau. Perfekt. Und was können wir dann trotzdem noch bei der... ...hundern sie auch reinschmeißen bei der Kühe. Gut, das hat aber ausgereicht. Gut. So. Dann... Pullen wir mal... ...n paar Ballen hier rein. Hauen wir mal ein paar Ballen hier rein. Ja. So. Da holen wir unseren Formlift. Das steht natürlich gerade richtig gut, ja. Wir brauchen ja ein Stück Gabel. Wollen wir nicht, dass wir uns abhauen. So. So. Nein. Das. So. Das. Das ist ja schön. Jetzt haben wir ja wieder unsere zwei Ballen. Bleib stehen. So. ... ... So, den lasse ich mal angeschalten hier. So. Ja, das wird jetzt ein bisschen Chaos, ja. Aber das reicht sogar schon. Wir brauchen ja nicht allzu viel. So. Einmal rein hier, das ist ein gutes Stäbchen. Oh Gott. So. 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 Das ist mein Bild hier. Und genau hier sehen wir uns im nächsten Part wieder. Also abonnieren, Liken und Feedback bitte nicht vergessen. Konstruktive Kritik, Anregungen, Fragen und Wünsche bei dem Kommentarbereich. So. 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 So.